Shoutout für der Play My Bigger Sister, sie ist super nett, macht super Videos und hat sehr viele Abonnenten, ich finde sie hat diese ganze Abonnentenanzahl echt verdient, also 1011 Abonnenten hat sie verdient, sie ist wirklich super. Schaut auf jeden Fall mal auf ihrem Kanal vorbei, denn sie ist eine super YouTuberin, total toll einfach, ich habe keine Worte dafür, sie ist total super, tolle Videos, natürlich habe ich sie auch abonniert, sie zählt auch zu meinem PFF, denn sie schreibt mir auch, sie wohnt gar nicht mal so weit weg. Ich kann ja auch mal ein Video mit ihr machen, wenn sie mal Lust hat oder so und das Gute daran ist, an ihr besser gesagt ist, sie mag Playmobil, mag ich ja auch und sie ist auch eine Pegger Sister, also sie mag auch mal El Pony. Und als erstes hatte sie erst 100 Abonnenten, aber das finde ich schon ziemlich viele, wenn ich zur Seite habe, dann 289 Abonnenten, das ist noch mehr, das finde ich echt super und sie hat sie auch ganz viel bei My El Pony, das finde ich ganz toll. Und ja. Bis zum nächsten Mal.